Der DaVinci-Operationsroboter ist ein System, ein mechanisches System, welches dem Chirurgen ermöglicht, eine minimalinvasive Operation durchzuführen. Das ist insofern ein modernes System, weil es eben computergesteuert ist. Das heisst, der Chirurg steht nicht mehr direkt am Patienten, wie bisher mit der Laparoskopie, wo man direkt beim Patienten stand, sondern er sitzt an einer Steuerungskonsole. Nicht weit weg vom Patienten, in der Regel so zwei bis drei Meter entfernt vom Patienten, aber die Befehle und die Bewegungen, die der Chirurg durchführt, die sind eben nicht direkt am Patienten, sondern eben an einer Konsole. Der DaVinci-Roboter ermöglicht ein sehr präzises und sehr hochwertiges, minimalinvasives Operieren. Das bedeutet für den Patienten, dass er eben während einer solchen Operation ein sehr geringes Operationstrauma hat. Man kann sehr präzise operieren, was zum Beispiel in wenig Blutverlust und dann eben auch nach der Operation in weniger Schmerzen fassbar ist. Wichtige Vorteile sind eben, dass man Operationen tatsächlich eben vollständig, minimalinvasiv in der Regel durchführen kann. Mit den Methoden eben wie der bisherigen Laparoskopie musste man häufig vom minimalinvasiven Ansatz dann umsteigen auf eine offene Operationstechnik. Das bedeutet, dass man tatsächlich dann noch einen grossen Schnitt machen musste. Und das ist eine erhebliche Belastung für den Patienten, wenn das so stattfindet. Und mit dem Roboter sind diese Umsteigesituationen sehr, sehr selten geworden. Das heisst, man kann tatsächlich die Operation in aller Regel mit dem DaVinci vollständig, minimalinvasiv durchführen. Andere Vorteile sind eben auch die Zugänglichkeit von sehr engen anatomischen Verhältnissen, also zum Beispiel im tiefen Becken, wenn man da operiert kann, ist es sehr eng sein, sehr unübersichtlich sein. Und das lässt sich mit dem Roboter deutlich besser meistern als mit allen bisherigen Operationstechniken. In unserem Bereich der Bauchchirurgie wird der DaVinci hauptsächlich im tiefen Becken eingesetzt. Also analog zu dem, was die Urologen mit der Prostata machen, verwenden wir den DaVinci eigentlich heute routinemässig für die Erkrankungen des Rektums, also des Mastarms und da ganz besonders für Patienten, die eine bösartige Erkrankung im Mastarm haben, also ein Rektumkarzinom. Hier ist es genauso eben wie bei der Prostata ein grosser Vorteil, wenn man in diesem sehr engen Bereich im tiefen Becken ein Operationsinstrument hat, was einem ganz präzise und ganz kontrollierte Möglichkeiten gibt und eben auch sehr gute Sichtverhältnisse. Ein ganz stabiler Sichtfeld, mit dem man dann eben besser operieren kann. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Bereiche, aber man verwendet auch den Roboter heute zunehmend, zum Beispiel beim Speiseröhrekrebs oder Erkrankungen der Speiseröhre, meistens eben auch bösartige Erkrankungen. Und da ist es eben auch so, dass der Operationsteil im Brustkorb eben auch in einem sehr engen anatomischen Feld ist. Da ist man hinter dem Herz, zwischen der Luftröhre, zwischen der Wirbelsäule und da ist es so, dass man sich in keinster Weise da einen Fehler passieren kann und mit dem DaVinci eben diese Präzision deutlich besser möglich ist, als mit allem, was man bisher machen konnte.